Lukas Cordalis und Jolina Drews überraschen als Schlager-Duo mit ihrem Hit »Wenn der Regen auf uns fällt«. Wird Lukas' Ehefrau Daniela Katzenberger bei ihren Performances eifersüchtig? Damit hat keiner gerechnet, die beiden Schlager-Stars am wenigsten, Lukas Cordalis, 56, und Jolina Drews, 28, brachten im August 2023 ihr Duett »Wenn der Regen auf uns fällt« auf den Markt. Es handelt sich dabei um eine Cover-Version des 80er-Hits »When the Rain begins to fall«. Auf YouTube ist der Song zum Klick-Giganten geworden. Eine Tatsache, die für Lukas immer noch ein wenig unglaublich ist, wie er kürzlich beim Schlager-Boom 2023 verriet. Unglaublich, man erwartet es gar nicht und auf einmal geht so ein Ding durch die Decke. Natürlich durfte das Duett der beiden auch bei der großen Samstagabend-Show von Florian Silbereisen nicht fehlen. Das Publikum und der Moderator zeigten sich nach dem Auftritt der beiden Schlager-Stars sehr begeistert. Offenbar haben Lukas und Joelina auch in Zukunft vor, gemeinsam auf der Bühne zu stehen, denn auf Flores Frage, ob man die beiden nun öfter miteinander sehen würde, antwortete Cordalis mit sehr gern. Er schob hinterher. Joelina singt nicht nur gut. Sie ist auch ein wahnsinnig angenehmer Mensch und eine Riesen-Performerin. Hört, hört! Und auch Joelina reagierte auf ein weiteres Duett nicht abgeneigt. Man kann also gespannt sein. Das Publikum liebt die gemeinsame Energie von Lukas Cordalis und Joelina Drefs und die beiden Schlager-Stars genießen es offhebar auch, zusammen die Bühne zum Beben zu bringen. Den einen oder anderen Schmachtenden-Blick werfen sie sich bei der Performance auch zu. Grund für Lukas' Ehefrau Daniela Katzenberger, 37, eifersüchtig zu werden? Anscheinend nicht. Wie der 56-jährige Backstage beim Schlager-Boom 2023 gegenüber der Bild verriet, ist seine Gattin ganz entspannt in dieser Hinsicht. Allerdings schob er noch einen Zusatz mit einem Lachen hinterher. Daniela ist nicht eifersüchtig. Aber vielleicht wird sie es irgendwann. Hoffen wir mal, dass dem nicht so ist. Allerdings nachher Das ist nicht so ist. Aber vielleicht soll ich jetzt, wenn man auf der Start-up verschaut. Aber vielleicht wird sie einfach aus. Dann wird sie immer mal, dasselbe aus. Mit der Start-up verschont. Dann habt ihr schht. Dann seid ihr euch zu beruf. Und dann seid ihr euch zu protective. Dann ist es leuchtige Bein. Vielen Dank.